Hallo zusammen, ich bin Willi und ich bin Valentina. Willkommen am Campus an der Universität des Saarlandes. Dieses Jahr finden wir die Olympischen Spiele in Tokio statt. Basierend auf die Olympischen Spiele organisieren wir verschiedene Sportaktivitäten, die ihr alleine oder in einem Team machen könnt. Ihr könnt euch ab sofort alleine oder in einer Gruppe von bis zu fünf Personen anmelden. Das Event findet vom 5. Juli bis zum Beginn der Olympischen Spiele am 23. Juli statt. Die Teilnahme ist Gosenlos. Außerdem werdet ihr die Möglichkeit haben, bei einer Onlinekonferenz die Erfahrung von zwei Olympischen Sportlern zu erfahren. Wir bedanken uns bei dem deutsch-französischen Jugendwerk für die Finanzierung dieses Events. Und denkt daran... Bye! 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 Bye!